Wir gehen zurück nach Deutschland. Ein Multitalent, so wird Philippe von Salsa on Stage oft genannt. Passion und Kreativität sind seine Markenzeichen, die er zusammen mit seiner Partnerin Christina heute für euch auf die Bühne bringt. Und, meine Herren, aufgepasst, Christina ist eine Vollblutsalsera, die seit vielen Jahren an ihrem ausdrucksstarken Styling arbeitet und damit eine ganz subtile und sehr elegante Erotik an den Tagen legt. Es lohnt sich also zuzuschauen. Aber, heute Abend haben sie eine Doppelpremiere, denn zum ersten Mal bringen sie Verstärkung mit auf die Bühne und tanzen zu viert. Und diese Show hat grundsätzlich heute Abend quasi Weltpremiere. Jetzt heißt es also, Daumen drücken und Bühne frei für Salsa on Stage aus München. Vielen Dank für's Zuschauen. Musik 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 Musik